Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, auf das ich mich besonders freue. Heute gibt es nämlich mal was Besonderes, was ich so noch nie gemacht habe. Normaler Alltag vs. epischer Alltag. Die Videoidee hatte ich schon ganz lange, ist ein bisschen inspiriert von Julian Bam's Realität vs. Sound. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Klamotten aussuchen. Make it epic. Super. Einsteigen ins Auto. Make it epic. Untertitelung des ZDF für funk, 2013 Tee kochen. Make it epic. 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 Make it epic.